Servus ihr Leute, das ist immer schon wieder mit Unturned und dabei nur ReallifeTV, Rusty und Patrick. Hallo. Ich bin hier noch weiter am Basteln, sorry dass ich hier ins Wort falle. Jaja, wir sind immer noch an Tour, wollte ich nur sagen. Was suchst du mit der Hemd im Pühlschrank? Ich traue auch mal was Feines, ne? Alter, das ist ein bisschen zu hell hier. Das sind die scheiß Dinge, wo wir die ganze Zeit auch haben. Ich hoffe ihr habt genug zu essen dabei. Äh, nö. Ich hab 76. Ich hab 67. Wir nehmen nix auf Crash-Fahrrad nicht. Ich komme da vorne eine Banane für 45 Euro. Doch nix. Mit er sah, du kaufst doch dann ein komplettes Bananenfeld, wenn du dort hingehst. Ey, du, dann lässt du einfach mal Klautschleier, gäbts des? Ja, so schlimm. Ja, wir brauchen viel. Wir brauchen sieben pro Schlafsack, ne? Wir haben jetzt wie viel? Ja, so'n Teil. Echt, so viel schon? Wie viel habt ihr denn? Keine Ahnung, da gibt ja keine Antwort. Wie, wie ich tragen kann. Patrick, gib doch mal gescheite Antwort. Was dann? Ja, wie viel hast du denn jetzt insgesamt? Von was dann? Ich finde Klautsch, von was reden wir denn? Zwölf? Ja. Oh, wir brauchen noch zwei Stück, dann sind wir fertig. Außer, ich muss noch DuckTap finden. Ja. Hab'n Lever Action gefunden. Du hast Lever gefunden? Ihihi. Dann will ich keiner finden. Das ist so Insider. Ah, da sind zwei Stück. Das ist der Hemd im Kühlschonk. Na ja. Na, der nicht mit dem Auto unterwegs oder zu Fuß? Äh, mit dem Auto und in der Stadt zu Fuß. Was? Oh, was'n dat? Swift Magazine. Wer ist ne fette... Wer ist ne fette... Wer ist ne fette... Wer ist ne fette... Spiel vielleicht noch, äh... So Red Gull, äh... Vielleicht... Was Gutes? Red was? Red Gull. Wer ist ne was das ist? Red Gull, ne. Ich glaub mir ist auch nix, ne? Was ist das... Das ist, wenn man jemanden töte und der so zufällig umfalle tut. Wissen wir immer noch nicht. Hey... Sag mir gar nix. Markus! Ach, ihr schießt da! Ich denk, er bekomme die Schüsse her. Tolle, wenn's geht, nicht sterbe, gell? Also... Wär schon ganz cool. Alter, wie viele Zombies sind bitte hinter mir her. Keine im Paar. So wie's anhört. Hinter mir waren auch ein Paar her, aber ich hab sie ja alle gekriegt, äh... Äh... Alle gar. Imal Port... Imal Port... Imal Port... Hey, ich hab da alle bekommen. Oh, ich hab mein Survival voll. Was'n das? Polizeiknöbel. Ja, was nehm'n wir bin da? Stronger Mining & Shopping, das nehm'n wir... Und... ... Darminar. Spritz! Uhhh... Spritz! Äh... Soll ich dir... Was soll ich dir jetzt mitbringen? Mir? Ja, ähm... Soll ich da jetzt eher die Kettesail mitbringen oder der... Coyote Rucksack Coyote Rucksack, definitiv Kann ich mir gleichzeitig looten Ich muss jetzt die ganze Zeit Wie so ein dummer Wege drei Portionen immer hin und her rennen Und das nervt ein wenig Was hat denn eigentlich mehr Verstauungsmöglichkeit Der Coyote Rucksack oder das Travelpack Coyote Rucksack, normales 15 Kilo Travelpack, 2,5 Warte, ich habe immer noch ein Travelpack gefunden Oh, alleweilen noch eine Folge Roboter-Modus Alle? Alle beide, ja Ich glaube, es liegt gerade mir Ja, ich habe jetzt nur die Kloni ein bisschen komisch Ich hörte, was die eigentlich kommen Ich hörte beide komisch Komische Folge Ich bin ein bisschen Roboter-Modus Das geil ist, ich hätte Marcos ganz normal Ja, du magst es euch auch normal Wie bitte Hat der mit dem bisschen Internet wieder, ne? Oh, das war ein Witz Invisio alle wer es bisschen Internet hat, ne? Ich habe eine Unterbrechung gemacht, ne? Ich habe eine Unterbrechung gemacht, ne? Eine Unterbrechung! Oh, da leitet noch eine Karte, soll ich die mitkommeln? Ah, ich habe nach denen später keinen Platz Moment, Moment, ich habe was gehört, Zombie Oh nein, da ist ihm Patrick Norgegangen Was ist das? Ich habe mich noch so gebraucht, okay Ich habe mich noch so gebraucht, okay Hey, ist das schon gebraucht, ne? Alter Patrick! What the fuck? Macht ihr denn für komische Sorge? Ich soll wieder Leben zurückkommen, das wäre mir ganz recht, ne? So zur Info Ja, ja, ich versuche es so gut wie es geht Patrick hat wieder geschossen Wenn jetzt was in der Nähe ist, ne? Du loggst wieder alles an Wie viele Clothes hast denn du? Weil du Leute noch genug Wo du umwandeln kannst Wir brauchen Fertze von uns zwei Trottel Ich habe Fertze Ja? Ah! Was suchen du da? Können wir jetzt eigentlich zurückgehen? Ich habe nur 8 Ductapen Wir brauchen noch ein zweites, ne? Oh, da habe ich gerade alle Alter, wie er sich auch hält Wie so Roboter, ne? Richtig Transformer und sowas Ja, du aber auch gerade bei mir, Alter Das ist schlimm What the fuck? Ein Metallschild Ich habe ein Metall Allerweilen war es wieder normal Ja, jetzt ist er wieder normal Ich habe ein Metallschild gefunden Alles still cool Oh, das ist echt Soll ich das mitgommeln? Ich komm mit Ich weiß Ja, nimm's halt mal mit Komm ich durch die Outfield? Soll ich die droppen? Ich weiß nicht Komm ich trinke jetzt mal den Orangesaft Was der bringt Oh, ich brauche dringend was zu essen Ja, ich auch Ich habe 89 Ich gehe gleich wieder drauf Ja, 84 Patrick, hast du was zu gommeln? Nee Fuck Ich habe auch so trinken, aber mir auch nicht Alter, das esse in dem Spiel, das esse Wir brauchen trinken mit mehr Seeds, die wir pflanzen können Patrick, hopp Wir müssen uns jetzt beeilen Wir gommeln uns jetzt einfach in unser Auto und sich ab Ja, komm Wir gehen wieder zum Dings Und wenn ich dann sterbe, dann können wir Gommeln, Trennchen, ist alles da oben rum Warum habe ich gerade so viel wieder rausgekommen? Gucken, dass wir gleich den Schlafsack hinkriegen Äh, was ist denn das? Bolts? Oh, Alter Jetzt komm mal her Damit wir zum Rassi zurückkommen Weil das ist eine ganze Sau hier 90 90 Hopp los Ja, ich beeile mich doch schon Ich habe gerade 90 Ich habe gerade, ich gucke nur, ob du noch irgendwo Ducktape leid Und das leid So, ist denn genug Bring dir den Lücken Oh, cool, ja Komm, ich nehme alles mit Man weiß nie Komm, los Boah, das hat nichts AAAAAAAA Hab ich noch irgendwie Na ja, ist empty Scheiße Wir können zu Fuß laden Nee Das überlebe ich nicht Wenn ich wüsst, wo ihr seid, würde ich euch ja mit dem Auto holen Ähhhh Hey, komm einfach, komm einfach Wo seid ihr, in welche Richtung seid ihr? Von unserer Stadt aus nach links? Zu der Bauernhöfe? Komm ich rin Markus, Markus Markus Hast du was zu essen? Komm dort hinten Hey Komm dort hinten Auto Ja Fahr, 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 fahr Was? Was? Was zum Teufel? Alter, fahr Habt ihr jetzt schon wieder gemacht? Drei-facher Überschlag Das kann er nur ich Unfassbar, jetzt wo? Das kann er nur ich Das stimmt Oh, 173 Punkte Ja Ja Ich hab beide wieder normal Oh, ich hab max level bei Dings Bei, äh Survival Das mach ich mal auf Warrior, oder? Soll ich Warrior? Was ist denn? Die Zombies sind voll dumm Ich bin unten an uns am Steg Und ich greife deine Mauern bevor sie mich angreifen Oh, da vorne ist ein Rusty Ehhhh Raus Hä? Jetzt hab ich noch ein Auffall Auto vorne Komm her, du sterbst doch eh gleich Ich will doch sowieso nur gommeln Komm her, komm her Was da hann? Äh, wenn du eh gleich sterbst Achso, ja stimmt Mach jetzt schnell das Liebingbeck Ja komm, wir machen schnell das Liebingbeck Patrick, ich geb dir schnell die Dingens Alter, was bauen denn? Alter, das können wir als Winter gar nicht benutzen Ha? Komm, brenn Warte Warte Warte, warte Drop Hm Machen dann schon wieder Ich stumm mal jetzt erstmal Karottenpfeife Ja, da wächst es gut Geht auch eigentlich recht schnell, muss man sagen, gell? Komm, mach mal wieder hoch, ich war grad kurz unten Ja Aber da, Potatoes müssen wir gut anpflanzen, Alter Potatoes müssen wir pflanzen Die haben mir 30 zurückgegeben, Alter Die sind wichtig, die sind wichtig Äh, hab ich noch irgendwas dabei? Alter, die Batterien nerven mich Die kann man auch gut brauchen, wenn du Batterien mit Trap Metal, äh, verbindest, äh, wäre das zu ner Taschenlampe, die du an die Waffe bauen kannst Ah Akkus Akkus Hä? Guck mal da Alter, so viele Pfeile! Wollen wir die alle her? Für dich, die hab ich gefunden Ich gehst doch hoffentlich sicher Ich geb mal Bogen niemals wieder her Ich hab ein frisches Auto hochgeholt, falls ihr mal wieder alles kaputt machen wollt Alles klar Und wie gefällt euch unser Haus bisher? Super Das ist voll geil, man kann die, man kann die Blends richtig, äh, flexibel setzen Das ist sau geil, das muss nicht nach einem Schema passieren Mach schön Ja, wir wünschen du da die Wände setzen Ja, hier oben sind doch die Wände scheißegal Ich kann ja hier unten Wände setzen Bis nach oben Dann kann ich ja verschiedene Stockwerke einbauen noch Und hier oben Kann ich ja bis hier hoch, äh, hochfahren Bis ich wieder eine gerade Fläche hab und kann dann wieder frische Wände setzen Ist ja schon keine Rolle, wie es innen drin aussieht, wie ihr läuft Ich hab da doch einfach mal zwischen die Steuerrucksack hier gepackt Vielen Dank Was brauchst du denn dann jetzt noch so, Mister? Momentan bin ich eigentlich nur am Material sammeln, ein bisschen zusammenbasteln Patrick, gebt mir mal die ganze Clothes Wir müssen gucken, dass wir definitiv, ihr müsst mehr an Lebensmittel ran schaffen Definitiv, weil mit dem, was wir hier haben, kommen wir wirklich nicht weit Ja, fahrt drei Leute, vor allen Dingen sowieso nicht Ne, der wird zu Was ist denn das? Ah, du, Sleeping Bag, yay Hm Ich glaub, Du Wasti ist abgestürzt Mensch? Ja, Du Wasti ist schon selber geflogen Bist du noch da? Ja, ich bin noch da Ne, der Rusty Ne, der ist nicht mit dir Ja Ja Oh nein Ähm Ja Wir warten jetzt mal ganz kurz ab, ob er was schreibt oder so Und wenn er jetzt nichts schreibt, dann würde ich mal sagen, dass wir die Folge beenden Oh, was war wieder bei dem oder wie? Keine Ahnung, ich hoffe es doch mal nicht Warte, funktioniert mein Handy? Ja, 36% Akku noch Wird man jetzt gleich sehen Vielleicht aber einfach nur Internet kurz weg Ah, das ist, wir haben wieder zu viel Sucht aufgebaut mit dem Spiel, zu viel Sucht Was Privates machen wir grad Im Let's Play Was Privates genau Oh Rusty, wo bist du? Was ist passiert? Wir haben sich weglacht Kannst doch mal bei der Magie gucken, ob sein PC noch da ist Isch, ich kann doch jetzt nicht raus tappen Ah ne, das kann ich nicht Ne, sein PC ist auch aus Au, Stromausfall Wird ich mal sagen Mach die Aufnahme aus Hm, ja Knallhart Naja, äh Ich weiß jetzt nicht wie lang die Folge jetzt war Aber ich würd jetzt mal sagen, falls das euch gefallen hat Lass einen Daumen hoch da Lass eine konstruktive Kritik da Was ich schon gekriegt hab, das gefällt mir sogar sehr Und ähm Teil das Video auf Facebook und was auch immer Und in dem Sinne würd ich sagen, bleibt freakig und Servus Ich vermisse dich Rusty Ich vermisse dich Rusty Ich vermisse dich um Ich vermisse dich Du bist Vielen Dank.